20 Sekunden liegen zwischen Platz 8 und 9. Aber das wird noch ein interessantes Duell zwischen Green und Jarvis. Erster Vorgeschmack. Viel kaputt gehen kann nicht mehr bei Jarvis. Kult hat aber der lachende Dritte wieder. Beinhardt geht es da zur Sache, Eingang, Start, Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange sich Kult hat halten kann. Und ob dann vielleicht auch wieder Green durchschlüpfen kann. Die Frage stellt sich mir, was macht man mit Vitoris? Wenn man Vitoris zurückpfeifen würde, über das Einpünktchen für Spengler. Aber da ja die Stahlregie nicht zum Programm gehört. Und weitere Probleme bei Spengler. Das Bremspedal wird sehr lange. Und dann sch Lithium. Und dann kann man das hier dran sein. Kult aus dem